Tischtennis ist ein aus dem fernen Osten überlieferter Sport, bei dem es kaum Verletzte gibt. Der Ball erreicht beim Hin- und Herspiel eine enorme Geschwindigkeit, die Augen und Sinne schult. Kürzlich fand in Bruck die Steirische Meisterschaft im Tischtennis statt. Warum entscheiden sich junge Menschen gerade für diesen Sport? Ich bin durch den Ferienpass durchs Tischtennis gekommen, das jedes Jahr in Bruck stattfindet. Mir hat es dann gleich viel Spaß gemacht und dann habe ich mal angefangen. Und für den Bewerb bist du schon sehr nervös? Nein, ich bin eigentlich nicht so aufgeregt, weil es für das, dass Steirnmark Meisterschaften sind, sind eigentlich ziemlich wenig Leute da. Und die Nervösität habe ich schon ziemlich abgelegt. Ein Sport, der für alle Alters- und Gewichtsklassen geeignet ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017